Heyo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Idion und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Spielbefolge von meinem Village Zoo. Wie ihr es auf jeden Fall kennen könnt, sind die Löwen diesmal an der Reihe. Ich habe versucht, das Gehege so identisch wie möglich zu machen wie bei den Tigern, doch ist mir dabei eine oder die andere Idee dazwischen gekommen, die ich hier natürlich umgesetzt habe. Aber dazu viel mehr nach meinem Intro, viel Spaß. So, damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück. Wie ihr das auf jeden Fall sehen könnt, sind wir direkt im Speed Build gelandet und zwar im Gehege der Löwen. So, wie ich das ja schon leicht erwähnt habe, sind mir ja schon die ein oder andere Ideen während des Speed Builds eingefallen, die ich hier definitiv umgesetzt habe. Mein aktueller Plan war eigentlich, das Gehege leicht identisch zu machen mit dem Tiger auf der gegenüberliegenden Seite. Jedoch wäre das dann ein bisschen zu lasch und zu eintönig gewesen, weshalb ich da hier die oder die andere Idee umgesetzt habe. Darunter auf jeden Fall der Zugang ins Becken, das werdet ihr definitiv nachher noch sehen. Das habe ich mit einer leichten Beton-Rampe ausgestattet, sag ich jetzt mal so dazu. In der Mitte, wie ihr das jetzt sehen könnt zum Beispiel, ist dann der Unterschlupf und das rechts an der Mand habe ich quasi. Das ist nur eine reine optische Dekoration, was eigentlich das Haupthaus der Löwen sein sollte, was natürlich nicht funktionstüchtig ist. Wie gesagt, nur eine optische Verschönerung und ich finde das eigentlich relativ schön. Das habe ich auch so gelassen. Natürlich sieht man den Zaun von der Besucherperspektive nicht. Das seht ihr auf jeden Fall nachher, wenn ich wieder live durch den Zoo laufe und über das eine oder andere Detail rede. Hier habe ich auf jeden Fall versucht, hier seitlich so eine Betonmauer zu errichten. Das ist mir nicht so gelungen, wie ich wollte oder es ist nicht so rausgekommen, wie ich wollte, weshalb ich das dann trotzdem so gelassen habe, weil es nicht einfach nur wieder so eine kahle Wand und das ist mal was anderes. Statt immer nur Felsen einzuarbeiten, habe ich halt diese Betonmauer dringelassen und das Endergebnis lässt sich auf jeden Fall ansehen. Sieht nicht schlecht aus, weshalb ich das einfach so gelassen habe. Ich habe diesen Speedbild während meiner Twitch-Aufnahme laufen lassen. Das mache ich jetzt momentan öfters. Wenn ich Speedbilds aufnehme, mache ich einen Livestream. Der ein oder andere, der dazu gucken möchte eventuell, der kann das gerne tun. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich werde natürlich nicht jeden Tag senden oder was heißt hier einen Livestream machen. Ich werde so, ja, ich sage jetzt nicht so oft wie möglich, aber wenn ich Speedbild mache, dann auf jeden Fall live, damit ihr zugucken kann, wie wo was anschließend oder währenddessen nehme ich das natürlich auf und werde das natürlich wie hier in diesem Format es ummachen, also umschreiben, quasi schnell durchlauf, je nachdem wie schnell, weil ich, wie gesagt, jedes Mal, ich möchte das Video nicht zu lange haben, sollte relativ kurz gehalten werden. Ich denke mal, der eine oder andere versteht es, weil, ja, ich sage es immer wieder, eine Stunde lang Speedbild-Videos angucken will keiner und eine Stunde lang kommentieren kann ich natürlich auch nicht, weil irgendwann fällt mir nichts mehr ein, was ich sagen könnte, weshalb ich dann, wie gesagt, immer so auf die 10, 15 Minuten eingehe und das reicht aus meiner Sicht komplett aus. Mehr braucht man nicht. Einige andere YouTuber machen das. Ich bin da jetzt anderer Meinung. Ich behalte es auch so. Ich werde dieses Format auch so weiter behalten, dass ich das so kurz wie möglich gestalten werde. Es kann vielleicht mal die ein oder andere Ausnahme passieren, aber es wird wahrscheinlich eher relativ selten sein, wenn dann ich das Video schneiden und relativ, wie gesagt, kurz halten. Und zurück zum Switch-Thema noch mal zu kommen. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt gerne hineingucken, könnt auch einen Follower hinterlassen, damit ihr definitiv dann Bescheid wisst, falls ich mal online sein sollte. Aber nicht wundern, es ist nicht immer ein Speedbild, was ich dort zeigen werde. Eventuell werde ich auch mit ein paar Jungs auch andere Spiele spielen, aber das ist natürlich auch legitim. Also, wir könnt aber kurz reingucken, gucken, ob ich ein Speedbild aufeinander mache oder nicht und dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, wollt ihr zugucken oder nicht und dann sehen wir weiter. Aber ich schweife hier übelst vom Thema ab und zwar wollen wir wieder zurück zu diesem Speedbild gehen. Wie ihr das auf jeden Fall sehen könnt, habe ich die Felsformation teilweise fertig auf der rechten Seite auf jeden Fall fertig. Hier links habe ich es noch nicht ganz abgeschlossen, da es nicht zu viel Felsformation, sondern habe ich eher so ein Stuff-Oni-Gebäude noch gemacht, was ihr definitiv auch nachher noch sehen müsst. Das ist mir richtig toll gelungen. Da sind keine normalen Standardbauern, sondern alles mit den formbaren Platten, also die man in jede Richtung drehen kann, habe ich da ein komisches Gebäude richtet, soll ich jetzt auch mal so, ein krumm und schräg, ein schiefes Dach. Nur der hintere Bereich ist noch offen, den muss ich noch korrigieren. Zeige ich euch später definitiv auch noch mal. Aber sonst, von der Front her, sieht das einfach Bombe aus. Also man hat von unten keinen Zutritt, sondern man sieht einfach nur oben ein paar Dinge. Ich glaube, das ist erst mal die Standmauer, die ich eingerichtet habe. Aber die ist quasi auch noch zur Abtrennung gewesen und sieht auch noch klasse aus. Aber sonst, momentan fällt mir jetzt wirklich gerade nichts ein, was ich da weiter zu sagen könnte. Das einzige, was mir jetzt noch einfallen könnte zu sagen, ist, dass ihr hoffentlich jetzt bis zum Ende dranbleiben könnt. Und sonst bin ich mir, ja, sonst bin ich auf jeden Fall erst erst mal weg. Und dann wünsche ich euch erst noch mal viel Spaß mit dem restlichen Speed-Bild und dann hoffe ich, wir sehen uns gleich wieder in meinem Live-Tour, wie ich hier das Gehege noch mal inspiziere und euch das ein oder andere Teil erkläre. Aber sonst sage ich jetzt erst einmal, bevor ich hier weiter unnötiges Zeug rede, auf jeden Fall erst mal bis gleich. Ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zäune drin, da hatte ich eigentlich so irgendwie vorgehabt, so eine optische Darstellung zu haben, dass es ein Innenbereich ist Untertitelung des ZDF, 2020 und das sind einfach nur die Platten, die Standardplatten wie hier diese Rampen, die habe ich dann einfach hier teilweise ein bisschen schräg gesetzt, dann hier noch ein bisschen Holz verkleidet und, und, und. Und nur der einzigste Nachteil bis jetzt ist, hinten ist noch alles offen, das werde ich jetzt mal mit der Zeit mal machen, wenn ich dazu noch Zeit habe, und das werde ich ja wie vorhin schon erwähnen, auf jeden Fall alles was ich verändere, in irgendeinem anderen Videos sehen. So, aber sonst finde ich hier auf jeden Fall die Mauer richtig perfekt gelungen und als optische Darstellung, als Lückenfüller sieht es auch klasse aus, vor allem diese Perspektive, mit dem Brunnen dazu, das ist richtig klasse. Also, hier von oben seht ihr auf jeden Fall noch die Lücke, die ich gefüllt habe mit dem ganzen bewucherten Zeug, das sieht auch klasse aus, Starttun dazu, und von hier oben seht ihr das Gehege nochmal, ich gehe mal ein bisschen näher ran, vor allem hier diese Kante, wie ihr das sehen könnt, diese Betonschräge, auf jeden Fall hier die Wand noch ausgekleidet mit Felsen. Dann von hier aus, seht ihr hier die Treppe, die könnt definitiv hier hochlaufen, das funktioniert, man könnte sich schön an ihrem Spielzeug rumkrauchen, hier hinten rum laufen sie auch, relativ selten eigentlich, weil die laufen eigentlich immer hier oben rum, und dann, ja, mehr brauchen die ja nicht. Das ist optimales, realistisches Gehege wie in einem echten Zoo, die können sich auf jeden Fall nicht begegnen, die zwei auch Katzenarten, weil das schön abgesperrt ist. Und sonst, habe ich hier diesen Kratzbaum auch noch mit eingebaut, wie bei dem Tiger, und dann quasi einfach nur diese Felsformation zusammen verbunden, und es sieht einfach nur klasse aus. Wie es schon immer wieder, ich finde diese neuen Felsen einfach nur klasse. Daher die Entwickler auf jeden Fall großartige Arbeit hinterlassen, und einen besseren Lob, würde ich mal sagen, können die ja nicht kriegen. Und ich bin immer so hundertprozentig der Einzige, der diese Meinung ist, dass diese Fels und allgemein diese DLC einfach nur der Burner ist. So, das war's jetzt erstmal von meiner Seite aus, ich hoffe, euch hat dieses Beatbit gefallen, vor allem dieses Gehege, ich bin richtig stolz drauf. Wenn es euch natürlich auch gefallen hat, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst, am besten noch ein Feedback in die Kommentare reinschreibt, wäre natürlich auch klasse. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, darunter auch Zooturn oder Parkturn von Blendtecoaster, dann lasst mir doch einfach mal ein Abo da. Und sonst wünsche ich euch definitiv einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, euer Idiot, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.